so guten morgen hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video von lc performance ja heute mal ein paar minuten felgen wir haben schon öfters anfragen von euch bekommen bezüglich felgen sind da nie wirklich im detail darauf eingegangen deswegen haben wir gesagt wir machen heute kein spezielles technik video aber hier geht es eben um die thematik felgen wir sehen schon hier auf der linken seite oder von euch dann rechts ich weiß gar nicht haben wir unseren urquattro aus kuwait ausgestattet mit unseren viel speichen in 17 zoll die allerdings speziell angefertigt da komme ich nachher noch näher dazu gleich hier nochmal in zwei nummern größer auf unserem s4 c4 finde ich immer noch super werde ich glaube ich öfters nutzen in den videos ist gut für meinen rücken für große leute zum thema was haben wir hier schönes unsere erste felge das ist unsere unsere kompromote felge die haben wir früher tatsächlich das ein oder andere mal verbaut warum wird die heute nicht mehr verbaut weise nicht mehr drauf passt mit unserer eigenen bremsanlage die wir jetzt seit gut einem jahr im programm haben ist die leider nicht mehr oder was heißt leider eigentlich muss ich sagen zum glück weil ich finde unsere felgen viel viel schöner nicht mehr zu fahren man muss sich vorstellen unsere bremsscheibe hat 323 mm im durchmesser da ecken wir hier natürlich auf den innenseiten an der felge nichtsdestotrotz haben wir gesagt es ist eigentlich ein cooles design wir wollen uns gerne an diesem coolen klassischen design auch anlehnen und haben deswegen unsere retroforged 1 damals entworfen die sich eben an das design anlehnt wir sehen hier eben unser fünf speichendesign relativ massiv sage ich jetzt mal das hat zum damaligen style auch einfach ganz gut gepasst wir haben gesagt wir wollen das ganze ein bisschen neumodischer gestalten nicht mehr so dick nicht mehr so massiv die felge ist auch echt als alufelge brutal schwer brutal schwer wir werden nachher mal schauen wie schwer sie ist und haben gesagt wir wollen das ganze ein bisschen dynamischer machen einfach schöner für uns wir wollen dieses tiefe eintauchen im radnaben bereich nicht mehr haben sondern wir wollen es eben in dem felgen design mit einfließen lassen gerade im speziellen im stern das sehen wir dann nachher auch noch mal wenn wir uns das mit unserer neuen felge anschauen und ja eigentlich wollte man das grundkonzept aber auch nicht zerstören deswegen nach wie vor fünf stern felge auch bei uns ich würde einfach mal sagen wir machen da mal ein paar close ups wie die barbara sagt und vergleichen mal die felge so ein bisschen und dann gehen wir auch an die hard facts was sind denn so die wesentlichen unterschiede des ganzen also ich rück die mal ein stückchen auf die seite zack dann schauen wir uns das jetzt mal an design haben angesprochen fünf speichendesign ganz klassisch farbe erster unterschied wir haben hier ein altweiß das wird heute nur noch auf kundenwunsch speziell lackiert ansonsten haben wir hier unser neuweiß nenne ich es jetzt mal es ist einfach kräftiger es ist heller es ist das ist so ein bisschen sondern wie sagt man dazu so ein elfenbein weiß oder hätte ich gesagt wahrscheinlich ja das ist so der wesentliche unterschied in der farbe und dann geht es natürlich ans design und wir sehen jetzt eben schon unsere felge im vergleich dazu wesentlich filigraner verarbeitet nicht mehr diese dicken massiven speichen das ist eben das schöne finde ich an diesem rad das macht es noch mal dynamischer und wir haben nicht dieses tiefe eintauchen wie was eben hier haben im radnabend bereich sondern wir nehmen das ganze mit vom rand wir fahren etwas mehr tiefbett was man auch hier wieder sieht das tiefbett von der kompromote felge ist nicht so tief wie unseres und dann haben wir eben doch mal diesen konkurren verlauf unserer speichen genau ja das ist eigentlich das was ich am coolsten finde und das sieht man eigentlich am besten wenn man sich das von der seite mal so ein bisschen anschaut vielleicht kann die bar das so ein bisschen einfangen von der seite damit man dann sieht wie konkurren das ganze wird es geht hier rein und im vergleich dazu dann auch noch mal wie gerade das läuft wirklich kerzengerade und geht dann fast 90 grad winkel nach innen rein richtung radnabe das ist das tiefe an eintauchen das war damals ja so bei vielen felgen üblich finde ich heute jetzt nicht mehr so zeitgemäß jemand der es ganz klassisch möchte der müsste rein theoretisch seine felge nehmen aber da können wir leider nicht weiterhelfen weil unsere bremse limitiert ist wir haben diese eine bremse und wir werden auch nicht mehr von abweichen die wurde von uns in dem gutachten mit abgenommen und ist für unsere varianten 400 bis 600 ps und die wird auch bleiben da können wir leider keine schritte zurück machen also kleiner macht auch gar keinen sinn deswegen ist die felge geschichte aber wir zeigen sie immer gern noch weil das design dahinter hat ja auch in den hintergrund und da haben wir uns angelehnt s1 e2 und so weiter kennt man ja diese ganzen videos und da war damals eben auch die fünf speiche drauf für alle die da bock drauf haben das ist unsere forged plus unsere forged retro 1 heißt so was haben wir denn noch schön ist also einmal felgen design haben angesprochen dass wir uns hier eben angelehnt haben mit unserer neuen jido grüße gehen raus an josef ja der uns da tatkräftig unterstützt hat diese felge zu designen zu entwerfen die haben wir jetzt seit gut einem jahr am programm wird sehr sehr gut angenommen wir haben einige fahrzeuge verkauft und auch einige fahrzeuge eben mit der fünf speichen felge verkauft die wird sehr gerne angenommen weil sie sich eben an dieses klassische design anlehnt es gibt natürlich noch viele viele weitere vorteile bevor wir aber darauf eingehen auf die vorteile wollte ich euch noch sagen dass ihr eigentlich bei uns alle möglichkeiten habt der farben ja wir haben ja unseren farbkatalog den habe ich hier auch den zeige ich euch gerade mal und ja das ist eben nur ein bruchteil von dem was eigentlich machbar ist es gibt eigentlich viel viel mehr so da schauen wir mal rein also jegliche silber anthrazit glänzend matt seiden matt dann auch diese brush kombinationen die oft genommen werden gerade hier wo man eben noch diesen schliff durch sieht von der oberfläche bis hin zu einem standard weiß so wie wir es jetzt eben gerade haben bei unserer felge ist das eigentlich richtig coole sache und für jeden was dabei wer bock hat auf geile felgen und das nicht nur für den sport quadro replica von lc sondern auch für sein quadro coupé oder für seinen uhr quadro so wie was hier haben farben haben wir design haben wir jetzt kommen wir so ein bisschen zu der technik sage ich jetzt mal zu den hard facts zu den details wir haben hier eine 9 mal 16 9 mal 16 war damals schon eine richtige ansage da geht auch schon gut was drauf und ja die ist richtig richtig schwer ich hätte gesagt bevor wir jetzt eigentlich weiter reden über das rad wird mich mal interessieren was diese felge wiegt ich kann es gerade schlecht einschätzen aber ich sag mal die wiegt mindestens zweieinhalb kilo mehr wie unsere felge würde ich jetzt mal sagen wir stellen jetzt mal auf die waage die haben wir schon vorbereitet so stellen wir die mal drauf und dann schauen wir mal was da so 10,45 kilo für eine 9 mal 16 felge ist natürlich ein aluguss rad muss man dazu sagen macht natürlich auch einiges aus finde ich aber für 16 zoll echt brutal schwer also zehn kilo wenn ich überlegt das haben heute unsere 20 zoll felgen teilweise ja also im direkten vergleich dazu würde ich jetzt einfach mal sagen felge runter alles wieder auf null und jetzt stellen wir mal unsere drauf hier haben wir eine 9,5 mal 17 das heißt wir sind ein halbes zoll breiter wenn wir das jetzt mal hier neben dran stellen das kann die barbara schön einfangen und zwar sehen wir hier sind wir genau eben und hier steht die felge ein halbes zoll über das heißt wir sind noch mal ein stückchen breiter wenn wir uns das ganze von vorne anschauen dann sehen wir eben hier dass wir nicht auf 16 zoll sondern auf 17 zoll sind die felge ist eine nummer größer so das heißt halbes zoll breiter ein zoll größer was sagt das gewicht 7,85 kilo zu 10,4 so matte wir sagen jetzt einfach mal 8 kilo dann haben wir 2,4 kilo 2,6 kilo unterschied also 2,6 ich war ja mit zweieinhalb kilo war ich ja relativ gut dran also ich hab vorher jetzt auch noch nicht nein wir haben mal gewogen aber schon ganz ganz lang her aber das hätte ich jetzt auch geschätzt so vom gewicht man man ich glaube man sieht es auch also da ist ist nicht viel das merkt man deutlich und jetzt muss man es natürlich hoch rechnen ich habe ja nicht nur eine felge sondern 4 das heißt ich habe roundabouts ja 2,6 kilo das ganze mal 4 bin ich bei über 10 kilo ersparnis finde ich mega wir können hier nochmal breiter fahren das ist natürlich nochmal ein wesentlicher vorteil für uns dass wir einfach auch rad reifen kombination wählen können für unsere mehrleistung weil wenn ich so ein auto habe mit 600 ps dann kann der natürlich auch ein 255 reifen gut vertragen den wir hier drauf dann fahren optional gibt mehrere möglichkeiten aber ich sag mal 255 245 das kann man alles gut drauf fahren würde auch auf der neuner gehen aber ich finde das findet einfach besser wir haben da auch von unseren sportlich ein paar schöne aufnahmen die bringen wir einfach mit rein dass die Barbara noch ein bisschen was zu tun hat bringen wir noch ein paar ausschnitte mit rein genau sonst wird es ja langweilig was soll denn das so also gewicht größe breite sind wir überall drauf eingegangen was haben wir denn sonst noch klar für unsere kunden die meisten von euch leider haben kein sport quattro aber ja vielleicht nur quattro oder normal quattro und dann kommen wir nämlich genau auf das thema zu sprechen weil wir diese größen auch fertigen können es geht nicht immer nur um die 9 9 halb mal 17 oder 9 mal 16 die wir jetzt hier hatten wir müssen noch so ein bisschen ganz kurz bevor ich habe gemerkt wir haben noch was vergessen wichtiges thema hier haben wir eine 9 mal 16 die 9 mal 16 ist mit einer et minus 7 et minus 7 ist ja schon eine ansage also ich kenne heute keinen felgenhersteller mehr deren et minus bereich reingeht abwerk damals war das noch üblich heute nicht mehr hat aber meistens natürlich auch mit den festigkeitsprüfungen zu tun die abgelegt werden müssen unsere felge ist zu 100 prozent tüv geprüft in der größe 9 1 halb mal 17 et 0 das heißt wir sind hier bei der aufnahme genau in der mitte der felge ich brauche auf et glaube ich nicht mehr eingehen ihr wisst um was es geht da können wir sonst noch mal ein separates video dazu drehen wenn es um ein presstiefen geht etc etc auf jeden fall sind wir hier auf einer et 0 nicht et minus 7 das brauchen wir nicht wir haben schön konkaves design und fitted perfekt zu unseren sport quadros so dadurch dass aber die meisten keinen sport quadro in der garage stehen haben haben wir natürlich auch die möglichkeit für die ur quadros für die normalen quadro coupes felgen anzubieten hier haben wir jetzt eine achteinhalb mal 17 drauf das heißt wir sind ein zoll schmäler und können auch mit der et wirklich variieren wir haben hier eine et 35 drauf und können dann natürlich auch schauen wie schließt das ganze am besten am auto ab wir haben die ganzen daten von normalen quadro coupé und auch von einem uhr quadro und man sieht das ist ein schöner bündiger abschluss wir brauchen keine spurplatten ist uns ganz ganz wichtig gewesen dass wir keine spurplatten fahren müssen das ist unnötiges gewicht da kommen wir nachher noch dazu das macht eigentlich für mich eine perfekt fittende felge aus dass ich sie ohne spurplatte auf dem auto fahren kann und das können wir für euch bauen ob das der uhr quadro ist ob das dann der normale quadro coupé ist spielt keine rolle wir haben jetzt wenn ich mich nicht täuschen der et 35 drauf mit 8 1,5 x 17 und ein minimales tiefbett die barbara kann das vielleicht so ein bisschen einfangen hier habe ich jetzt ungefähr ja so ein bisschen sondern so was werden das sein 34 cm 3 cm genau das ist die hinterachse und das können wir mal vorgehen und dann sieht man felge dreckig wir waren noch unterwegs eigentlich habe ich hier fast kein tiefbett mehr und das geht eigentlich auch immer um die freigänglichkeit der bremse wenn wir die daten haben und so weiter dann können wir die natürlich genauso fertigen lassen wie man hier sieht sind wir hier genau auf tüv konformer linie das heißt ich habe hier noch eine freigänglichkeit von 5 mm zum bremssattel wir könnten hier dieses tiefbett wie auf der hinterachse nicht fahren weil wir dann zu weit raus kommen würden also wie ihr seht kann das ganze speziell für euer auto angefertigt werden vorlauf wenn einer sowas bestellen möchte ich sag mal wir brauchen gute vier fünf wochen dafür dann wird einmal besprochen design welches design welche farbe und dann genau welche daten ich brauche auf der vorderachse und welche daten auf der hinterachse finde ich mega geil weil damit mache ich mein auto einfach einzigartig ist es nichts von der stange und ich glaube der preis kann sich auch sehen lassen wir liegen hier in der basis bei 4790 euro für die 17 zoll felge ist natürlich viel geld aber wir dürfen nicht vergessen die felge ist ein absolutes einzelstück wenn ihr sie bestellt außer ihr habt ein sport quadro da haben wir welche lagernd da haben wir schon ein paar da in allen möglichen farben aber ansonsten ist das wirklich immer was ganz ganz besonderes und kann bei uns vor ort hier eingetragen werden das ganze und wenn jemand die 9,5 x 17 et 0 möchte dafür haben wir natürlich auch das gutachten hier das ist mit teile gutachten einzutragen das ganze so jetzt gehen wir hier noch mal kurz auf das thema sport quadro felge damit man sieht was da eigentlich im design so passiert zweimal das gleiche design zweimal die gleiche felge wir haben ein zoll unterschied 9,5 x 17 8,5 x 17 und fahren hier aber ein et 0 und sehen eigentlich mal was das ganze so ausmacht im design nochmal weil natürlich der stern super konkav rein läuft hier ist er relativ topf eben wir haben ein ganz kleines tiefbett wie wir eben gerade schon gezeigt haben und hier haben wir nochmal deutlich mehr tiefbett ich stelle das mal so nebeneinander dann kann man das vielleicht so ein bisschen dann nachher auch sehen wie das hier aussieht wie das hier aussieht kann die barbra mal so ein bisschen einfangen gut dann machen wir weiter was ich mich jetzt gerade gefragt habe und ihr euch vielleicht auch schon gibt es einen gewichtsunterschied zwischen unserer retro forge 2 und der 1er was meint ihr was haben wir für einen gewichtsunterschied die felgen sind beide gleich groß gleich breit aber jetzt schauen wir gerade mal wir haben ja hier nochmal zum direkten vergleich unsere 7,9 7,85 hat es vorhin angezeigt mit einer abweichung von 5 gramm das ist ja okay ist ja keine briefwaage so die hat zugenommen die felge hat jetzt eben mal schnell zugenommen um 5 gramm deswegen müssen wir uns beeilen nicht dass die nachher noch 8 kilo wiegt bis wir fertig sind mit dem drehen also 7,9 kilo lassen wir so stehen jetzt kommt hier unsere vielspeiche drauf die retro 2 8,2 kilo so ja natürlich ihr wusstet es alle ich bin mir sicher warum ist ja eigentlich ganz einfach zu sehen dieses felgen design ist wesentlich luftiger wie hier weil ich natürlich viel mehr freifläche habe wie hier hier sind die speichen relativ eng beieinander das heißt ich habe im stern design mehr material so und deswegen haben wir da auch einen unterschied von 300 gramm oder wie barbara jetzt sagen würde 305 gramm ja also von dem her es macht nicht viel aus ich finde auch im vergleich immer noch zu unserer alten kompromote felge mit 10,4 kilo können sich die 8,2 kilo mehr als sehen lassen das ist meiner meinung nach echt perfekt 300 gramm mehr einfach rein wie im stern und ja wird auch sehr sehr gern genommen die felge wird eigentlich kann man immer sagen gerne genommen von leuten die sehr original getreu haben möchten weil wenn wir mal einen blender bringen vom originalen sportquattro bringen wir jetzt mal ein bild rein dann sieht man eben dass diese vielspeicher sich an diesem design anlehnt finde ich ein sehr sehr klassisches schönes rad und passt eigentlich zu jedem uhrquattro zu jedem sportquattro und auch quattro coupé wir bringen euch mal ein paar bilder wir haben nämlich diese felgen schon an ein paar kunden verkauft jetzt haben wir unsere felgen hier eigentlich mal so weit durch wir haben ja noch ein partner mit dem wir da auch zusammenarbeiten und die felgen auch sehr gefragt sind die letzten autos waren glaube ich immer tatsächlich mit bbs lm 286 versehen meistens im goldenen stern wir haben heute mal den anthrazitfarbenen stern hier nachdem wir jetzt die weißen felgen alle durch haben kommen wir jetzt mal hier zu unserer schönen bbs lm 286 mit anthrazitfarbenen stern ab werk erhältlich mit goldenem stern oder mit dem anthrazitfarbenen stern ich glaube die gibt es auch komplett poliert wie das felgenbett mit dem stern haben wir aber noch keine bestellung gehabt bis jetzt eigentlich immer anthrazit oder gold ich habe gedacht heute nehmen wir mal anthrazit weil gold hat jeder von euch schon gesehen auf den letzten fahrzeugen auf unser eigenes was wir hatten unserem turbo monster und auf den letzten kundenfahrzeugen haben wir natürlich auch immer goldenen stern gehabt deswegen heute mal anthrazit finde ich eine felge die sehr sehr gut passt auf das auto ähm für meinen geschmack vielleicht eine nummer zu groß deswegen ich bin absoluter fan von 17 zoll im allgemeinen es muss nicht unser design sein sage ich ähm aber ich finde 17 zoll ist die richtige größe für einen sport quadro was einfach die die maße die dimensionen angeht vom fahrzeug dass man einfach sagt dass ja das passt einfach besser in die rathausschale rein und so weiter aber deswegen geschmäcker sind verschieden und deswegen bieten wir auch die 18 zoll von bbs an sehr schönes rad klassisches rad auch haar abnahme mit diesem rad kein problem hier sind wir ein bisschen limitiert hier können wir mit den et es nicht zu spielen mit der felgenbreite nicht zu spielen sondern da werden wir einfach beliefert mit einer 10 mal 18 et 50 ist eigentlich eine porsche größe et 50 ist natürlich viel zu viel wenn wir hier eine et 0 fahren hier eine et minus 7 hat einen wesentlichen nachteil was das gewicht angeht die felge an sich glaube ich dass sie auch schon deutlich mehr wiegt wie unsere beiden retro felgen und ich könnte mir durchaus vorstellen dass sie vielleicht sogar ein paar gramm mehr wiegt wie die schwere alu guss felge von kompromotiv jetzt geht es natürlich um das gewicht um die details dazu wir sind ein zoll größer sind ein halbes zoll breiter so leute da seht ihr wieder 17 zoll 18 zoll damit das ganze komplett wird tadaa jetzt haben wir das komplett einmal 16 zoll 17 zoll 18 zoll macht natürlich schon ordentlich was aus 16 auf 18 zoll aber ja wem es gefällt warum nicht 16 zoll ist sowieso raus bei unseren autos und von dem her 17 und 18 zoll ist glaube ich genau das richtige für diese autos sagst du barbra? 17 oder 18? hm ich kann es nicht sagen es kommt glaube ich immer irgendwie auf 7 echt? ok ja also deswegen hat jeder die wahl wir können einmal noch die seitenaufnahme machen 9 zoll breit 9,5 zoll 10 zoll breit hier können wir natürlich nochmal breiter fahren wenn wir das wollen halbes zoll, halbes zoll jeweils unterschied 9, 9,5, 10 ja das ist die dritte felge im bunde unsere bbs lm 286 in zweierlei felgen farben erhältlich oder sternfarben so muss man eigentlich sagen anthrazit oder gold jetzt haben wir natürlich ein problemchen wir brauchen hier keine spurplatten wir brauchen hier keine spurplatten aber hier weil wir hier natürlich nur mit einer größe beliefert werden 10 x 18 et 50 et 50 ist viel zu viel das passt leider so nicht ohne weiteres ins rathaus und deswegen gibt es leider diese schweren teile hier wir nehmen die eigentlich immer von h und r separat geschraubt logischerweise ab einer stärke von 4,5 cm die wir jetzt hier haben pro seite das heißt wir haben gesamthaft 9 cm die wir gut machen müssen um die rathausschale sage ich mal bündig auszufüllen deswegen muss das einmal separat verschraubt werden deswegen habe ich die schrauben hier auch drin die haben wir hier ja nicht wir haben unsere normalen verschraubungspunkte 5 loch ja das haben die ja auch nach wie vor dann haben wir uns einmal angeschaut 16 17 18 zoll im direkten vergleich gewichte dazu und die letzten bunde müssen wir jetzt noch wiegen aber es wäre unfair wenn wir die felge alleine wiegen weil wir müssen diese felge mit diesen spurplatten verbauen das ist für mich absolut kontraproduktiv muss ich ganz ehrlich sagen wir haben uns viel viel gedanken gemacht und entwickelt dass wir unsere felgen die 5 stern und eben auch die viel speiche so leicht bekommen welches material wird verwendet in welcher stärke et cetera et cetera und da ist natürlich die bbs absolut kontraproduktiv design mega braucht man nicht drüber reden klassisches design passt so ziemlich auf jedes auto drauf ob ich ein m3 e 30 fahr oder ein sport quattro oder sonst irgendwas ich finde die felge passt eigentlich auf jedes klassische fahrzeug drauf aber mit den spurplatten hat das für mich so ein bisschen fadenbeigeschmack ja ich sage immer ein tot muss man sterben für jemanden der bbs-fan ist führt kein weg dran vorbei dass wir eben hier die spurplatten mit der separaten verschraubung nehmen und deswegen wir stellen erstmal die felge als einzelnes rein und dann lege ich das dazu weil das braucht es auf jeden fall so dann schreiten wir zur waage also ich sage sie wiegt noch mal ein bisschen mehr wie die 16 zoll was haben wir hier 11,2 kilo 3,4 kilo unterschied zu unserer 5 stern ja das ist schon eine ordentliche hausnummer aber wir haben ja noch nicht alles drauf auf der waage so jetzt ist die frage barbara du hast gesagt was wiegt das gutes stück hier 1,4 ach jetzt bist du schon bei 1,4 wir hatten gerade eben nämlich schon gesprochen sie hat wesentlich weniger gesagt also sie steigert sich so langsam weil ich gesagt habe das ist über 1,5 kilo weit 1,3 also wir stellen die mal einzeln drauf einmal spurplatte drauf 2 kilo also ich war auch ein halbes kilo daneben ja ich habe gesagt 1,5 plus irgendwo aber es sind tatsächlich 2 kilo die wir hier nochmal zusätzlich haben pro rad muss man dazu sagen das ist natürlich echt eine hausnummer und wenn wir das jetzt danach nochmal alles zusammen hier drauf packen ich lege das mal hier rein zack 13,25 kilo zu 8,7 äh 7,8 7,8 kilo 7,8 kilo so jetzt kommen wir zur finalen mathestunde barbara 2 kilo nochmal drauf auf die 3,4 kilo die wir schon unterschied hatten das sind 5,4 kilo das mal 4 hier sind über 20 kilo mehr an bord mit der bbs felge so und dann haben wir tatsächlich ja die kunden und da muss ich jetzt jeder kunde mal angesprochen fühlen die dann sagen ach klimaanlage ist doch viel zu schwer herr koppenhofer oder ich glaube die klimaanlage die lassen wir glaube ich draußen ich glaube statt eine klimaanlage die 8 kilo wiegt draus zu lassen könnte man sich vielleicht überlegen ob man nicht einfach mal 20 kilo einspart indem man sagt hey ich fahr statt der bbs felge eine felge von uns nur mal so in den raum geworfen weil das ist natürlich schon brutal weil oftmals ist es so der kunde versucht ja jedes kilo einzusparen macht man dies rein macht man das rein sollen wir noch ein switch auf machen das ist ja nur sage ich jetzt mal ein knochen im kofferraum wo ich die batterie trenne dass das wiegt ein paar gramm und da geht es schon so weit die kunden wollen da jedes gramm einsparen das jahren nichts zu schwer ist und fahren dann aber eigentlich einen felgensatz der 20 kilo leichter sein könnte wenn man diese felgen nehmen würde aber das geschmackssache und ich sage für jeden bbs-fan ist das auch egal weil der sagt ich will die bbs felge fahren und wenn die 20 kilo mehr wiegt wiegt sie 20 kilo mehr dann ist es halt so für mich wenn ich aufs gewicht gucken würde bei dem auto aufs letzte gewicht auf jedes letzte gramm dann würde ich natürlich auf diese bbs felge offen gesprochen verzichten aber das sind geschmäcker und das ist natürlich auch design und gesamtkonzept was da wieder einfließt und man muss natürlich auch dazu sagen es ist nicht nur reines gewicht sondern ist es bewegte masse die wir ja auch haben rotierende masse und das ist natürlich zentrifugal kraft ist es natürlich dann nochmal ganz anderer ausschlaggebender faktor mit diesem mehrgewicht ja mit der bewegten masse also von dem her ich fand es ganz interessant heute mal das gegenüber zu stellen ich hätte niemals damit gerechnet dass es wirklich 20 über 20 kilo unterschied sind zu unserem rad in 17 zoll zu der 18 zoll bbs felge aber natürlich in summe mit den spurplatten die wir gezwungen weise fahren müssen ist das natürlich der absolute hammer ja ich finde das schon echt krass 20 kilo ist brutal viel gewicht nicht nur wegen der spurplatte ist es natürlich schwer das ganze sondern die felge ist von auch schon schwer klar ist sie ein zoll größer noch mal wie unsere und ein halbes zoll breiter aber ja die elf komma wie viel hat mal 11,2 kilo die 11,2 kilo sind natürlich schon echt eine hausnummer jetzt haben wir wieder einige minuten gequatscht aber ich glaube es war sehr informativ also für mich auf jeden fall mal zu sehen was wir da eigentlich für gewichts steps drin haben die größen und natürlich auch das design wenn man mal alles so nebeneinander liegen sieht ist schon schon krass also man kann echt viel machen und ja für mich resümee ohne dass ich unsere felgen loben möchte aber ich glaube für mich einfach immer noch die beste alternative weil ich hier wirklich zwei klassische designs aufgreife original design was normalerweise in 15 zoll auf dem auto damals drauf war jetzt in 17 zoll als viel speiche hier unsere fünf speiche die sich eben an diese kompromotiv anlehnt und zu guter letzt unsere bbs lm 286 in 18 zoll für die die es ganz groß mögen in 10 x 18 et 50 ein schönes klassisches rad für mein geschmack zu schwer wenn es ums thema gewicht geht ja so das ist eigentlich das resultat und resümee von heute ich hoffe euch hat das video gefallen wenn es euch gefallen hat lasst uns like da und wenn ihr fragen dazu habt gerne in den kommentaren schreiben wenn ihr noch andere felgen sehen wollt in zukunft vielleicht gibt es ja auch noch eine felge wo ihr sagt hey okay jetzt habt ihr uns vier felgen gezeigt aber eigentlich würde ich gerne mal diese oder jene felge sehen können wir natürlich auch mit ins programm aufnehmen wenn wir sie dann irgendwie besorgen können aber ja ich denke im gesamten sehr informativ ich danke euch fürs zuschauen ich wünsche euch einen schönen tag wir arbeiten jetzt jetzt haben wir es kurz nach neun glaube ich mittlerweile und ja bis zum nächsten mal lasst euch gut gehen